Einige von euch haben bestimmt die Opening Night der Gamescom gesehen, aber habt ihr auch die Pre-Show gesehen? Die halbstündige Pre-Show fand ich interessanter als die Opening Night. Nicht, dass ich diese uninteressant fand, aber in der Pre-Show wurden mir drei Spiele gezeigt, die sich nun ganz weit oben auf meiner Marktliste bequem gemacht haben. Und vor allem Horror-Freunde könnten diese Spiele gefallen. Also, lasst mal drüber reden. Oh, da wurde ich kurz zu Andi. Es gibt ein paar Spiele-Genres, die mich so überhaupt nicht ansprechen. Aber es gibt auch dort immer mal wieder ein paar Ausnahmen, die ich für gewöhnlich nicht mögen sollte, sie aber dennoch irgendwie geil finde. So auch hier beim ersten Spiel. We Harvest Shadow ist ein Farming-Spiel, dessen Genre mir nicht egaler sein könnte. Nur ist We Harvest Shadow nicht nur ein gewöhnliches Farming-Spiel, sondern ein Farming-slash-Horror-Spiel. Ich muss gestehen, ich mag diese depressive Stimmung, die mir der Trailer gibt, wirklich sehr. Ja, der Typ sieht mir viel zu niedergeschlagen aus und auf seiner To-Do-Liste steht auch erstmal Verlasse das Haus. Das finde ich schon sehr witzig. Man errichtet sich hier also seine eigene kleine Farm, doch wird dieser Prozess wohl immer von ziemlich düsteren Abschnitten unterbrochen. Ich hoffe, dass man das Lamm nicht opfern muss. Der Trailer endet dann mit einer ziemlich interessanten Kreatur und ja, ich habe Bock auf das Game. Vom nächsten Spiel gab es vor einem Jahr schon einmal einen Trailer, den ich damals gesehen habe, ihn super interessant fand, ich ihn dann aber aus unerklärlichen Gründen wieder komplett aus meinem Gedächtnis gelöscht habe. Vor zwei Monaten habe ich ein Video über zukünftige Horror-Games gemacht, das ihr euch gerne anschauen dürft, das ist immer noch brandaktuell. Da habe ich dieses Spiel einfach nicht reingenommen, weil ich es einfach völlig vergessen habe. Doch die Pre-Show hat es mir wieder ins Gedächtnis gerufen. Aila oder A-I-L-A sieht so unglaublich spannend aus, dass es fortan auf meiner Liste der heiß erwarteten Spiele sich ziemlich weit oben bequem gemacht hat. Der Trailer zeigt so schön, dass sich die Entwickler dabei was gedacht haben. Wie man sieht, wie der Protagonist mit seinen Armen durch ein Stacheldrahtgewebe gehen muss, um an die Waffe zu kommen. Er muss wegen irgendwas einer Leiche einen Kiefer ausrenken oder diese Kreatur, die man sieht oder die Grafik. Alles ist stimmig. Sobald das Game vorbestellbar ist, werde ich es mir vorbestellen. Ich sag's, wie es ist. Und dann noch ein Trailer, der das Potenzial hat, direkt in die Kerbe zu schlagen, wo ich es am liebsten habe. Nicht nur, dass es Potenzial hat, es tut es auch. Und es passt genau perfekt da rein, wo ich es am liebsten habe. Es ist eigentlich fast schon gruselig. Der Trailer geht nur etwas über eine Minute. Anfangs sieht man eine Dame, die vor irgendetwas flieht. Man merkt schon eine leicht bedrückende Stimmung, doch weiß man noch nicht, in welche Richtung das Spiel gehen wird. Aber dann sieht man, wovor sie wegrennt. Nämlich vor sich selbst. Es ist ein Wesen, das sie imitieren kann. Bevor sich die Tür schließt, sieht man, dass dieses Wesen auch noch mutiert. Und zum Schluss sieht man dann nochmals mutierte Menschen. Ihr wisst genau, dass das ist, was mein Herz begehrt. Nichts lebe ich lieber als dieses Szenario. Also macht auch dieses Spiel sich ganz oben auf meiner Top-Liste der heiß erwartetsten Spiele bequem. Vermutlich sogar Top 3. Ganz sicher Top 3, eigentlich. Am Anfang der Opening Night Live haben wir auch direkt einen Teaser zu einem neuen Borderlands-Spiel bekommen, Borderlands 4. Und ich finde, das macht schon einen guten Eindruck. Dann wurde ein neues Dying Light angekündigt, worauf ich schon ziemlich Bock habe, ich aber auch erst die Vorgänger spielen muss. Endlich mal. Mit No More Room in Hell 2 wurde mir ein Spiel gezeigt, das mir eigentlich nicht gefallen sollte, weil ich diesen Cell-Shading-Look halt überhaupt nicht mag. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich mir den Trailer anschaue, dass mir das Spiel gefallen wird. Also packe ich es erstmal auf meine Merkliste. Dann ein Spiel von den Little Nightmares-Entwicklern, das vom Art-Style her ein Little Nightmares sein könnte. Jedoch habe ich das Gefühl, dass man hier mehr in die Richtung Horror gehen möchte und vielleicht deswegen einen anderen Namen gewählt hat? Weil sonst sieht das Spiel wirklich genauso aus, als könnte es ein Little Nightmares sein. Aber ich habe auch noch nie an Little Nightmares gespielt. Ich habe es schon lange auf meiner Liste, aber ich kann mit diesen 2D-Spielen halt nichts anfangen. Es macht mir einfach null Spaß. Ich habe Limbo nicht mal eine Stunde spielen können und bei Inside bei mir genau das Gleiche. Ich mag den Art-Style, aber ich mag das Gameplay überhaupt nicht. Deswegen habe ich Little Nightmares auch noch nie angefangen. Aber der Trailer zu Reanimal zeigt, dass es nicht nur ein einfaches 2D-Spiel ist, wo man von links nach rechts laufen muss und nichts anderes passiert. Man sieht doch kleine Abweichungen so von oben nach unten laufen. Vielleicht ist ja das, was mir schon reicht, um Spaß an einem Spiel zu haben. Ich meine, ich bin ein Riesenfan von Brumble, The Mountain King und ich denke, Reanimal könnte in eine ähnliche Richtung gehen. Und vor allem sieht der Trailer halt auch wirklich gut aus. Und dann gibt es noch ein sehr wichtiges Thema, das mir sehr viel Sorgen bereitet, niemand darüber spricht und ich Angst habe, dass Deutschland wieder in die Zeit der Zensur zurückfällt. Ich weiß, drastischer Turn des Videos, aber darüber muss gesprochen werden. In den letzten Jahren war Zensur in Spielen eigentlich fast kein Thema mehr. So Spiele wie das Resident Evil 2 Remake oder das Dead Space Remake wurden komplett unsensiert bei uns veröffentlicht. Lediglich Dead Island 2 und Dying Light 2 wurden bei uns leicht zensiert. Von der Zensur der zwei Spiele bin ich kein großer Fan, aber es ist dennoch ein riesiger Fortschritt, den wir gemacht haben. Vor wenigen Wochen aber gab es einen Vorfall eines Spiels mit drastischer Zensur und niemand hat es mitbekommen. Niemand redet darüber. Dem schon beinahe ein Jahr alten Call of Duty Modern Warfare 3 wurde jeglicher Gore komplett aus dem Spiel entfernt. Im Zombie-Modus spritzt nur noch sporadisch Blut und komplett alles an Gore wurde aus dem Spiel entfernt. Auch sollen Kraftausdrücke rausgenommen wurden, da habe ich aber keinen Plan. Aber alleine in Deutschland hat man die komplette Gewalt rausgenommen. Und ein Spiel, das man schlimmstenfalls gekauft hat, ist jetzt nicht mehr das Spiel, das man sich damals gekauft hat. Und der Aufschrei, der bleibt aus. Und niemand spricht darüber. Ich verstehe das nicht. Wir haben doch so guten Fortschritt gemacht. Vor allem in den letzten Jahren. Was ist auf einmal passiert? Gibt es jetzt einen neuen Vorstand der USK? Der 80-jährige Uwe gerade wieder die Killerspiel-Debatte aus und alles wird nach dem anderen wieder zensiert? So weit darf das bitte nicht kommen. Ich würde sterben, würde das passieren. Und in die Schweiz auswandern ist nicht so einfach, wie ich herausgefunden habe. Ich habe wirklich geschaut, was man dafür machen muss und da steht leider nicht zur Debatte. Aber andere Länder wie Österreich oder Lichtenstein werden für mich immer interessanter. Bitte macht dieses Thema groß, redet darüber und verhindert, dass wir uns rückschrittlich in der Zensur bewegen. So, nun aber wieder, um die Stimmung anzuheben, einer der tollsten Präsentationen, die ich je gesehen habe. Tim Miller, der für die Serie Love, Death & Robots verantwortlich ist, arbeitet nun drei Jahre an seiner neuen Serie, Secret Level. Diese Präsentation war so süß. Er hat auf der Bühne fast angefangen zu heulen, als er sein Herzensprojekt vorgestellt hat. Und ich bin ehrlich, ich hatte auch feuchte Augen. Und es ist endlich Zeit, so bitte enjoy die Welt-Premierer Teeser von Secret Level. Es ist unsere Love Letter zu Games. Und Sie können die Serie auf Amazon Prime Video auf December 10, nicht zu weit jetzt. So, enjoy. Danke. Tim Millers neues Projekt ist eine 15 Folgen umfassende Anthologie-Serie, in der es in jeder Folge um ein anderes Spiel geht. Und ich liebe diese Idee. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Vor zwei Monaten bekamen wir einen Trailer zu einer Diablo 4-Erweiterung zu sehen. Dieser Trailer sah so unfassbar gut aus, dass ich alles dafür geben würde, das in einem Film oder in einer Serie zu sehen. Ich erzähle euch nichts Neues, wenn ich sage, dass ich nicht der Filmtyp bin, aber ich würde mir diese Serie wirklich, ich würde diese Serie aktiv verfolgen. Diese Idee ist einfach ein Kindheitswunsch von mir. Und außerdem bin ich großer Freund von Anthologie-Serien. Und außerdem war die Präsentation einfach viel zu süß, um das nicht zu mögen. Und auch das Publikum hat ihn sehr gemocht. Und auch einige im Chat haben ihn gefeiert, aber einige halt auch nicht. Ich verstehe Menschen bei Gott nicht. Diese Live-Shows gibt es ja erst seit relativ kurzem, jedes Jahr wegen Corona. Und diese sind für mich jedes Jahr ein klares Highlight. Aber auch nur, wenn ich den Chat ausblende. Bei jeder Präsentation, sei sie noch so gut, gibt es so viele Leute im Chat, die so unfassbar ekelhafte, toxische Dinge schreiben. Und ich kann das nicht verstehen. Das ist so absurd, wie viel Hass es da gibt. Da gab es zwei Leute, die ihr erstes eigenes Spiel auf der Bühne vorgestellt hatten. Und der Chat war so unfassbar toxisch. Ich will mir gar nicht vorstellen müssen, wie sich die zwei dann fühlen, wenn sie im Nachhinein dann die Präsentation sehen und den Chat lesen müssen. Ja, es ging um ein Spiel, das auch mir egaler nicht sein könnte. Es sah so super uninteressant aus. Aber deswegen muss ich doch nicht so viel Hass in diese Show bringen. Wenn du ein Problem mit dem Spiel hast, dann ist es doch okay. Schreib deine Kritik dazu in einen extra Bericht oder mach ein Video darüber oder schreib es, wenn das Spiel erscheint, unter die jeweiligen Plattformen als Kommentar, als Kritik. Aber teil deine toxische Scheiß-Art doch nicht im Chat bei so einer Show, wo man sich wohlfühlen möchte. Für mich sind diese Art von Shows ein Safe Space. Ich freue mich jedes Jahr aufs Neue und fieber so richtig drauf hin. Ich liebe das. Und das, obwohl dann auch viele Spiele kommen, die ich halt uninteressant finde. Aber so ist das halt. Ist doch egal. Das ist eine Show, wo es um eine breite Masse an Spielen geht. Klar gibt es da auch viele Spiele, die dir auch nicht zusagen. Aber spar dir deinen Scheiß-Kommentar und verwende das an einem anderen Ort, wo es seine Berechtigung hat und nicht in so einer Show, verdammt nochmal. Meiner Meinung nach hat dieser ganze Hass in solchen Shows nichts zu suchen. Ich hasse toxische Menschen so sehr und ich bin so glücklich, dass ihr nicht so seid. Und dafür erstmal ein Daumen hoch. Also für euch. Der Daumen gilt nur für euch. Danke, dass ihr so seid, wie ihr seid. Ändert euch nicht. Seid nicht so toxisch wie die anderen. Macht es besser. Danke. Aber wir wollen das Video mit einem schöneren Thema beenden, das zwar nicht allzu viel mit der Opening-Live zu tun hat, aber dennoch ich darüber reden möchte. Das Silent Hill 2 Remake. Der erste Silent Hill 2 Trailer, den wir zu sehen bekamen, war nicht wirklich gut, weil es das Spiel nicht wirklich repräsentierte. Dies führte dazu, dass sogar Bloober-Team, die das Spiel entwickeln, sich zu Wort meldeten und sagten, sie hätten niemals so einen Trailer veröffentlicht. Dann wurden nach und nach immer wieder ein paar Trailer veröffentlicht, die auch immer besser aussahen. Bis vor wenigen Tagen dann ein Story-Trailer erschien. Konami haben dann auch endlich gecheckt, dass man einen Trailer mit der Absprache der Entwickler veröffentlichen sollten und das tat man hier. Im Story-Trailer sehen wir, wie viel Liebe Bloober-Team für das Spiel haben. Man sieht einige Anspielungen zum Original-Trailer damals. Es fängt schon so an wie der Original-Trailer, auch in 4 zu 3. Das Bild wird dann breiter und der Trailer fängt an. Das ist so schön. Bloober-Team zeigt uns hier, dass es immer noch das gleiche Game ist, nur kommt es jetzt in die moderne Zeit. Ich hatte so anfangs meine Zweifel und ich glaube immer noch nicht, dass uns hier ein Meisterwerk erwartet. Jedoch bin ich mir ziemlich sicher, dass uns hier ein sehr gutes Silent Hill erwartet. In dem Sinne, seid lieb zueinander. Und abonniert mich! Und zum nächsten Mal!